Es ist kurz vor Weihnachten, um genau zu sein zwei Tage vor Weihnachten, und wir sind gerade am Flughafen Tempelhof in Hangar 1. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, dort wurden Zelte aufgebaut für die Flüchtlinge und es ist sehr exklusiv, dass wir heute hier rein dürfen, weil normalerweise ist hier keine Presse erlaubt. Ich selbst war ja noch nicht dabei am Lager, so guck mir das hier jetzt aber an. Und hier ist heute Weihnachtsfeier und deswegen schauen wir uns mal um. So, jetzt geht's los. Wir laufen den Leuten erstmal hinterher. Ich weiß gar nicht, ob es in den anderen Hangar geht oder was wir sehen, aber... Also, die erklären uns jetzt gerade so ein bisschen, dass hier der Ankunftspunkt ist, da werden die Leute direkt medizinisch versorgt und ich habe das Gefühl, jetzt wird den Presseleuten so ein bisschen gezeigt, was die einzelnen Stationen sind, wie das hier abläuft dann in der Realität sozusagen. Wir dürfen nicht in die Zelte reinfilmen natürlich. Ich habe gerade so ein bisschen, hier sieht man auch ein bisschen, da stehen Hochbetten drin. Dann sieht man, dass die Leute sich so Sachen aufgehangen haben. Wahrscheinlich, um es sich schöner zu machen, schätze ich mal. Aber ganz viele Zelte sind auch zu, aber ich vermute mal, es wird überall so aussehen. Hier wird die Weihnachtsfeier vorbereitet, glaube ich. Hier wird die Weihnachtsfeier. Hier wird die Weihnachtsfeier und die Weihnachtsfeier. Hier wird die Weihnachtsfeier. Na ja, wir werden mal gucken, wie heute schön. Hier wird die Weihnachtsfeier. Hier wird die Weihnachtsfeier, der Kuhlm hervorruft. Hier ist es noch ein bisschen kalt, aber ich schätze, die werden es dann auch beheizen, wenn es soweit ist. Die Frage ist, wann es soweit ist. Davon stehen hier einige, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, ehrlich gesagt, aber es sind ziemlich viele, wenn man da mal den Gang runterguckt und so. Schon krass. Das sind jetzt, glaube ich, die Sanitäranlagen, die sind aber noch nicht fertig. Und wir haben gerade da reingeguckt und irgendwie, ja, es ist, man sieht einen krassen Unterschied zu Hanger 1, es ist besser, moderner, aber am Ende des Tages sind halt immer noch zwölf Leute in so einer Kapsel, will ich das fast nennen, wenn man da drin steht. Und dann, wenn man sich die ganze Halle anguckt, also es ist alles natürlich nur eine Notlösung. krass, wenn man sich das, wenn man hier drin, wie gesagt, ich bin das erste Mal auch wirklich drinnen irgendwo. so, es ist schon, es ist, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist schon krass. Wir haben Leute gefunden, die mit uns reden wollen. Und jetzt kommt die Dolmetscherin ins Spiel, weil ich kann das natürlich nicht so gut. Ähm, was ist ihr Name und wo ist sie her? Ich bin eine Ärabe. Wir sind ein Mensch sehr interesster. Wir haben eigentlich keine Ärabe. Wir haben das To proof für denツen, was man sagt mir doch ein Mensch. Ich war ja auch ein Mensch. Wir waren ganz beglemmt. Das war die Ärabe. Wir haben 사건en aber auch eine Wege- everybody. Ne, das war. Aber wir waren sehrsimplett. Wir haben das Dateien gesehen, was ein Wiener. Aber wir haben die Ärabe? Das war die Ärabe und die Ärabe. Wir haben die Ärabe und die Tür. Wir haben uns sehr gut gemacht. Ich möchte mich zurück in Wutnland zurück. Aber ich bin froh und sicher. Wir leben in Wutnland. 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 Wir leben leben in Wutnland. Aber in Zeitpunkt, Renten dieser popsenанс sehr fühlten wir. Wir sind nach SALT. Auch meinen Eltern haben D парsen Cuando in Wutnland Wir sind in der Welt und in der Welt. Wenn jemand fragt, was ihr zu Hause ist, was würde sie jetzt gerade sagen? Schau mal, schau mal. Jetzt haben wir keine Läbe. Das ist hier. Ich wollte den Kriegarten machen, weil ich noch nicht nachdenken. Ich hab den Ratsch, nach dem Ratsch und nach dem Turken und nach dem Tudeln. Ich habe alles gelesen. Ich habe alles gelesen. Wir haben die Schatten und die Neuigkeiten. Ich habe das alles gelesen. Alles ist gut. Ich bin mit meinen Eltern und meine Eltern. Es ist ein Trabi, kein Essen mehr. Hier ist es ein Trabi. Wir sind in Berlin. Wir sind in Berlin, aber wir wollen uns nicht darauf hin. Wir wollen uns darauf hinweisen, dass wir uns daraufhin sind. Wir waren in Berlin. Wir sind in Berlin, bis wir alle Wochen in Berlin sind. Wir sind in Berlin, die Uhr 7.00 Uhr. Wir haben 12.00 Uhr in Berlin. Es war sehr einfach so schön. Man denkt irgendwie total viele verschiedene Sachen, weil man ganz viel sieht, ganz viel Tolles und ganz viel, was aber auch nicht so toll ist und deswegen ist man so voll Rata, Rata, Rata. Gut. 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 Wir waren in der Welt und waren sehr froh und gesopathen, wir waren sehr froh, was wir collagen. Wir hatten keine Angst. Wir haben Angst. Es ist wichtig. Es ist eine Angst, dass wir uns im Nacht und nicht so fragen sind. Es gibt etwas Needs- und er Gaben. Wir sind, dass wir schuldigst. Wir war uns und diese Angst und die Angst haben. Ich habe meine Eltern und meine Eltern und meine Eltern. Ich habe die Wohnung. Ja, ich bin. Ich bin sie. Ich bin sie. Wenn ich mein Liefer nicht verlebt bin, bin ich zurück. Ich bin sie. Ich bin sie. Ich bin sie. Ich bin sie. So, ein paar Stunden später sind wir hier fertig und auf dem Weg nach Hause und das klingt wirklich ganz ganz komisch, wenn man da gerade drin war, weil das ist das Zuhause von ganz vielen Menschen jetzt gerade, was ich mir zum ersten Mal wirklich live angeguckt habe. Ich habe super viel mit Flüchtlingen gemacht, wir haben gekocht, wir haben uns mit Leuten unterhalten und das jetzt aber nochmal zu sehen hat eine andere Qualität, wenn man das so nennen kann und deswegen jetzt zu sagen, ich gehe nach Hause ist irgendwie krass, weil das ist das Zuhause von diesen Menschen und die haben nichts anderes und die Frage ist, ist das wirklich eine Lösung und ich glaube nicht, dass es eine Lösung ist, aber mir fällt leider auch nichts besseres ein. Ich glaube, das Wichtigste, wenn man selber keine Lösung hat und so wird es vielen gehen, ist sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und es nicht zu ignorieren und zu wissen, dass es da ist und zu helfen, wenn man kann. Da drin sind super viele Menschen, die leisten einiges, aber es reicht natürlich nicht und deswegen, Aufforderung an euch einfach zu Weihnachten, macht euch Gedanken, setzt euch damit auseinander, helft vielleicht, bringt Sachen hier nach Berlin oder informiert euch in eurer Stadt, was man da machen kann, das wird auf jeden jeden Fall gebraucht und für mich war das eine krasse Erfahrung, das hier auch so mitten in Berlin zu sehen, weil ich mein Berlin eigentlich anders kenne, aber das ist ein neues Berlin und damit müssen wir uns beschäftigen und ich hoffe, dieser Einblick war spannend für euch, es gibt noch ganz viele spannende andere Videos aus dieser Reihe, die ihr euch angucken könnt und Informationen zu einem möglichen unten in der Infobox und damit wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten mit eurer Familie, aber denkt eben auch vielleicht mit an andere Menschen. Das haben wir schon nur Family verbautet, keine jagen. Home, home Home, but not today And bleed And bleed Yes I bleed Float Ciao I'm be Untertitelung des ZDF für funk, 2017